Das ist nicht, was wir feinden. Ich hoffe, du hast ein Testament gemacht. Fuck. Kann ich mir weggehen? Hände über den Kopf. Ich hoffe, du hast dein Testament gemacht. Entschuldige, ich komme gleich. Hast du da Unterhosen auf dem Kopf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Warum denn das? Ich bin irgendwie in eine Wäscheleine geraten. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du versuchst, sich darin zu verstecken. Sag mal. Sag mal, wer trägt denn heute eigentlich noch solche Unterwäsche? Omas vielleicht. Die Oma scheint ihre Wechseljahre noch vor sich zu haben. Also. Wo ist sie? Wovon sprechen Sie? Wo in der Tasche spreche ich? Die Tasche mit der Kamera, wo sie ist? Ich war rein zufällig da. Für wen arbeitest du? Ich bin nur Fotografin. Ich wollte ein paar Bilder von den Häusern machen. Das ist alles. Na schön. Das ist alles. Man kann es nicht. ätsel Fund? Was ist das? Das war's für heute. 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 Ja, und die etwa nicht? Natürlich ist die echt. Die hat mir mein Cousin Sergio zum Geburtstag gesch... Scheiße, Sergio. Hast du die Akten? Hab ich die Akten? Natürlich hab ich die Akten. So natürlich ist es nicht. Wäre nicht das erste Mal, dass du das vergisst. Solange du nicht vergisst, dass das hier die letzte Übergabe ist, ne? Das hab ich bestimmt nie vergessen. Paulchen, Paulchen, immer noch dergleichen. Nenn mich nicht Paulchen. Du weißt, wie ich das hasse. Es gab mal eine Zeit, da hab ich geraucht und gesaufen wie ein Irrer. Bis ich es geschafft habe, von allem wegzukommen. Ja, und warum rauchst du jetzt? Weil ich betrunken bin. Trotzdem kann ich immer noch zählen. Wo ist der Rest? Das ist der Rest. Das ist nicht, was wir feiern... Das ist nicht, was wir feiern. Wir haben ja nicht viel Zeit. Er wartet schon auf mich. Halt mal. So, dein Rest bekommst du erst, wenn du deinen Job erledigt hast. Und nicht Paulchen bei den Eiern haben. Dieses Arschloch glaubt, er könnte einfach die Regel bestimmen. Man steigt nicht einfach so aus. Nicht bei Toni. Merkst du dir das auch gleich? Also los, wir gehen. Warte. Mit diesem Mantel zieht dich sogar einen Blinder mit verbundenen Augen. Ziehen aus. Ausziehen. Komm. Gib her, ich mach dir schon. Sie werden mir und meinem Kind helfen, oder? Natürlich. Ich hab doch versprochen. Aber zuerst die Beweisfotos. Verstanden? Bis zum nächsten Mal. Alles klar. atkenne ... Ich habe mir den Blüten, den Schlafzettel ausgestellt, dann ist doch der zu mir hergegangen und habe mir den Klappern gestehen geblieben. Unglaublich, aber irgendwie war ich dann noch relativ locker. Schau mal, wo? Beim Spielplatz. Ah, du, ist nicht so wichtig. Ich mache da bloß ein paar Fotos mit mir schon Feierabend. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe zu ihm gesagt, wenn er das nicht noch mal macht, dann schieße ich ihm die Eier aus der Hose. Verdammt, Toni, wo warst du denn so lange? Oh nein, halt die Klappe! Soll die ganze Stadt zuhören? Ich muss sicher sein, dass ich nicht verfolgt werde. Es kam eine Zeit, da habe ich geraucht und gesagt, um mir ein Eierer, bis ich es geschafft habe, von allem wegzukommen. Ja, und warum warst du jetzt? Weil ich betrunken bin. Trotzdem kann ich immer noch zählen. Wo ist der Rest? Das ist der Rest. Das ist nicht, was wir meinen. Scheiße. Ich war ein Eierer, bis ich das mache. Oh, scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldige, ich hab's gleich. Nenn mich nicht Paulchen, du weißt wie ich das hasse. Wo ist deiner? Bitte, tun Sie mir nichts. Ja, eine unfassbare Geschichte hat sich letzte Nacht hier im sonst ruhigen Viertel abgespielt und endet mit zwei Leichen und einem Obdachlosen als Helden. Der Landstreicher bekommt beim städtischen Spielplatz den eskalierenden Streit zwischen zwei Kriminellen mit und wird anschliessend Zeuge eines kaltblütigen Mordes. Beim Opfer handelt es sich um Tony Zarbo, ein Mitglied der Mafia. Als der Täter den Zeugen bemerkt, muss dieser um sein Leben rennen und wird nach einer gnadenlosen Hetzjagd hier im Dunkelhof angeschossen. Trotz Schmerzen und mit letzter Kraft schafft es der Obdachlose mit einer Glasscherbe seiner zerbrochenen Bierflasche den Verfolger niederzustrecken. In diesen Minuten wird der verwundete Landstreicher im Krankenhaus von der Polizei befragt, die dem Helden eine Geldsumme in noch unbekannter Höhe als Belohnung überreichen wird. Zur zweiten männlichen Leiche vom Dunkelhof wollte die Polizei bisher noch keine genaueren Angaben machen. Einige Anwohner glauben, eine Frau gesehen zu haben, von der aber bisher jede Spur fehlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017